Und damit! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, falls euch das Video gefallen sollte, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Ja Leute, wir spielen wieder heute Slither.io Part 2. Auf jeden Fall habe ich mir einen Skin gemacht und der ist auf jeden Fall sehr cool. Dann würde ich einfach mal sagen, let's go! So, hier sind wir in der Lobby drin. Also was heißt Lobby, das ist eigentlich gegen Computer. Und ihr seht hier schon mein Skin. Habe ich mir gelb und so orange-rot Töne ausgesucht. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, auf jeden Fall sind hier ganz viele andere. So, auf Platz 1 ist Ginormus, wollte ich schon sagen. Umdrehung, 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 aller, 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 umdrehen, 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 umdrehen. Okay, erst Spaß Leute. Spaß, was seid ihr? Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal weiter. Auf Platz 2 ist Bubble Buns und auf Platz 3 ist Yester. So, hier ein Guter am Stüssel. So, muss ich mal schauen, ob ich den hier töten kann. Ich muss es irgendwann am Kopf einschließen. Aber es ist nicht so einfach. Ich weiß nämlich, wie das geht. Und, ähm, ja Leute, nee, ich bin gestorben. So Leute, jetzt sind wir wieder hier nochmal drinnen. Oh, und ich habe gleich drei am Anfang getötet. Und, ach, habt ihr das gesehen, Alter? Junge, einfach drei hintereinander und Triple Kill. Äh, huch, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also meine Länge ist 906. Das ist jetzt noch nicht allzu lang. Okay Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, wir spielen jetzt mal online. So Leute, wir sind jetzt in der Lobby drin. Und, ähm, so, sind wir noch ein bisschen klein. Wir müssen noch mehr Punkte. So, also erstmal vier Punkte. Das passt ja, oh, großer Punkt. Auf Platz 1 ist Buni, Buni, oder? Bei Bunny war ja immer zwei ein. Also auf Platz 1 ist Buni. Auf Platz 2 ist niemand. Und auf Platz 3 ist Lulu. Ja, Lulu. Platz 5 einfach Mama. Ja, dann können sie nicht reden, oder? Oi, oi, oi. Geiler Skin. Den finde ich auf jeden Fall auch geil. Oh mein Gott, ist das riesig ein Teil. So, auf Platz 5 ist jetzt Moon. Moon. Okay, auf jeden Fall sehr langer Name. Ich habe mich kurz mal unter der Achsel kratzen müssen. Äh, ja. Entschuldigung. Oh, geiler Skin. Oh mein Gott. So, auf Platz 3 ist Lulu. Vorher war es ja noch auf Platz 3. Oder der, ich weiß ja nicht. Das ist jetzt... Was das ist? Sie oder er. Auf jeden Fall... Boah, der Buni, der hat schon viele Punkte. Hier 23.902. Boah, schon viel. Und im Gegensatz zu mir einfach 60 Punkte. Ich bin noch so ein Noob, Alter. Junge, hier ist das Punkte-Paradies. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in Paris. Wart mal. Oh mein Gott, Junge ist... Junge ist der Groß... Oh mein Gott. Oh, Alter. So, auf jeden Fall hier ein schwarz leuchtender. Was auch sehr schön, diese Leuchteffekte. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Alter. Wie knapp war denn das? So, auf Platz 1 ist jetzt Snow. Okay. Oh mein Gott, da kann ich ein bisschen Punkte einsammeln. Was war denn gerade das? Der hat mich fast getötet. Alter. Oh mein Gott, ich hab den jetzt einfach erlegt. Junge, es passieren so verrückte Sachen, Alter. Junge, oh mein Gott, sind das viele Punkte. Oh mein Gott, Junge, der räumt gleich richtig ab. Ich bin jetzt einfach... Okay, Leute. Letzte Runde ist angebrochen, würde ich sagen. Weil, oh mein Gott, ist der fett. Ähm. Ah ja. Oh, wieder so einer mit einem Auge. Und das war auch schon wieder sehr knapp, Leute. Ja, ähm, okay. So, hier ein Weißer. Der macht gerade Turbo. Ich kann ja auch mal mein Turbo machen. Oh, wenn man das gar nicht bringt. Alter. Junge, der Weiße, der... Oh mein Gott, der benutzt ja nur den... Nur noch den Turbo. Eui, eui. So, oh, Grüntöne. Oh mein Gott, ist das auch schön. Ach nee, der hat den schon weggeschnappt. Alter. Das lohnt sich nicht mehr. Oh, Junge, ich hab erst getötet. So, der hat den getötet und ich hab den kleinen getötet. Ja. Gut. Oh. Oh, spannend. Hoi, hoi, hoi. Okay, Leute. Ich würd sagen, das war's erst mal für dieses Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und keine weiteren Videos mehr, um mir zu verpassen. Hm, ich würd sagen, habt noch einen schönen schönen Tag heute und haut rein, Leute und ciao, ciao.